Ne? Hallo? Wiener, wie es ihr? Das ist toll! Das ist toll! Das ist toll! Wunderbar! Das sind so viele Musiker und die Leute spielen. Wir werden ihn jetzt kreieren. Drei Leute, wenn ihr wollt, wenn ihr euch interessiert, in eine gewünschte Gruppe von ACDC oder Metallica seid, dass sie so großartige Musiker sind, die auf den Kanarischen Osten sind. Wir schauen uns auf OnZoRTV, wir gehen in Hollywood, in die Kalifornien.